Wir stehen hier kämpferisch, weil wir den Herrschenden in diesem Land entgegenschreien wollen. Ihr habt gewusst, dass das, was in Japan passiert ist, irgendwann passiert wird. Das ist euer Restrisiko. Und wir wollen den Herrschenden in diesem Land auch sagen, dass unser Widerstand so lange gehen wird, bis der letzte Atomreaktor abgestellt sein wird. Egal ob er in Deutschland, ob er in Polen, ob er in der Türkei, in Russland oder in Japan steht. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, machen wir deutlich, dass wir beispielsweise die Kampagne der österreichischen Land der Atombewegung Österreich braucht das Euroatom unterstützen. Und dass wir auch hier in Deutschland deutlich machen müssen, Die Europäische Union darf kein Geld mehr geben, um Atomkraftwerke zu fördern. Liebe Freundinnen und Freunde, Atomkraft ist ein Verbrecher. Und wer ein Verbrechen fördert, ist ein Verbrecher. Und den Verbrechern zagen wir uns Herrn Widerstand an. Und dabei, liebe Freundinnen und Freunde, sollen die Herren wissen und Damen, die Kreativität des Widerstandes ist groß. Der Anti-Atom-Widerstand ist bunt, der Anti-Atom-Widerstand ist laut und der Anti-Atom-Widerstand kann unterschiedlich sein. Wir haben gezeigt, dass wir Menschenketten bilden können. Wir haben gezeigt, dass wir Demonstrationen mit über 100.000 Menschen machen können. Aber genauso werden wir uns weiterhin die Kastoren in den Weg stellen und zu tausenden verhindern, dass Atomwelt jetzt dieses Land geschafft wird. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, wollen wir all denen, die die Polizei verfolgt, weil sie beispielsweise Blockaden gegen Kastoren gemacht haben, all denjenigen, die Kastor-Schottern gemacht haben, sagen, ihr habt unsere Solidarität, die einen wollen den Schotter und wir müssen schottern. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, werden wir der Profitkir, der Manager, werden der Profitkir den Politikern, egal ob hier in Stuttgart oder in Berlin, unseren Widerstand entgegenstellen. In den nächsten Wochen werden wir mit Mahnwachen in vielen Städten und Gemeinden deutlich machen, dass die Menschen in Japan unsere Solidarität haben. Wir werden am 25.04. den Ostermontag an allen Atomkraftwerksstandorten und Zwischenlagern deutlich machen, dass 25 Jahre nach Tschernobyl und im Jahr der Katastrophe in Japan wir an den Standorten deutlich machen. Schaltet diesen Reaktor endlich ab! Und liebe Freundinnen und Freunde, Tausende von Atomkraftgegnern und Atomkraftgegnern aus Bayern sind zu uns gekommen, um mit uns in der Menschenkette zu stehen. Gebt ihnen ein Dankeschön, in dem der am 4. Juli kommt, weil die Großdemonstration gegen ISA stattfinden wird. Liebe Freundinnen und Freunde, und wenn Frau Merkel möchte, dass wir zeigen, was Widerstand ist, wir kündigen ihr an. Wir werden den Kampf um jeden einzelnen Reaktor führen, bis er verschonten ist. Danke, dass ihr da seid. Vielen Dank, Uwe Hitsch von den Naturfreunden. Wir haben noch ein vermisstes Kind. oloin, ist es.